Heute kurz und bündig der Skorpion-Tiger. Wenn es nicht nach dem Willen der Skorpion-Tiger geht, stellen sie sich quer und erreichen auf Nebenwegen meist doch das Ziel, dass sie sich gesteckt haben. Sie will dann gern in fremden Revieren. Wer sie aber einmal als Freund gewonnen hat, der kann auf ihre Unterstützung zählen. Skorpion-Tiger sind oft etwas schwerfällig. Sie verbergen nicht wollen oder nicht können hinter lustigen Sprüchen, die vom eigentlichen Geschehen ablenken sollen. Im Beruf suchen sie die Umwege. Sie lassen gern andere für sich schaffen, schmücken sich jedoch zur Not mit fremden Federn. Wenn sie sehen, dass sie nicht weiterkommen können, arbeiten sie streng nach Vorschrift oder wechseln die Stellung. Im zwischenmenschlichen Bereich sind Skorpion-Tiger nicht leicht zu nehmen. Ihre Liebe ist fordernd und so manche Geliebte muss sich mit einer Liebesnacht begnügen. Er sucht stets neuen Anschluss, bis er endlich die Frau gefunden zu haben glaubt, mit der er sein Nest bauen kann. Diskussionen sind für ihn überflüssig. Er ist der Herr im Hause, dem man sich zu fügen hat. Das Wort Emanzipation ist diesem selbsternannten Patriarchen unbekannt. Die Skorpion-Tigerfrau reizt die Männer so und so. Zunächst mit ihren augenscheinlichen Reizen, dann mit jener liebenswürdigende Köpfigkeit, die Männer auf 180 treibt. Und wen sie liebt, den versorgt sie gut mit allem, was sein Herz und Magen begehren kann. Weil sie um die Liebe weiß, die durch den Magen geht. Sie will den ganzen Kerl, der sie ständig aufs Neue zu zähmen versucht. So ganz wird das freilich keinem gelingen. Das war der Skorpion-Tiger. Für mehr Videos im Bereich Esoterik, Produkttests, Haushalt und Gesundheitstipps würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Video. Tschüss!